In diesem Video möchte ich euch Fiberfree PACF Pro Filament vorstellen. Dieses Material hat extrem gute mechanische und thermische Eigenschaften, weswegen es in High-Performance-Anwendungen eingesetzt wird. Dazu kommt, dass es sich problemlos auf Hobby-3D-Druckern wie dem Prusa MK3 verarbeiten lässt. Nun freue ich mich, euch dieses spannende Filament nach mehreren Monaten intensiven Testens endlich vorstellen zu können. Bleibt daher dran, hier bei Yantek. Dieses Video wird durch NordVPN unterstützt. Mehr dazu, aber später. PA-Filamente werden von verschiedenen Herstellern in verschiedenen Abwandlungen und unter verschiedenen Namen angeboten. Das PACF Pro, welches ich in diesem Video testen werde, basiert auf Polyamide 6. Das kennen die meisten von euch wahrscheinlich eher unter der Abkürzung PA6 oder dem Handelsnamen Nylon. Es ist bekannt für seine hohe Festigkeit, chemische Resistenz und Temperaturbeständigkeit. Dennoch hängen die tatsächlichen Eigenschaften stark von den vom Hersteller gewählten Modifikationen, Additiven und dem Herstellungsprozess ab. Bei diesem Filament wird zum Beispiel ganz konkret hervorgehoben, dass es eine sehr gute Druckbetthaftung und erhöhte Festigkeit hat. Die Firma Fiberfree kommt aus Darmstadt und hat ursprünglich als Ingenieurbüro gestartet. Auf der Suche nach passenden Materialien für den 3D-Druck haben sie begonnen, eigene High-Performance-Druckmaterialien zu entwickeln. Mittlerweile bieten sie Filamente aus den Materialien PA, PC, PP, PLA und TPU an. Dazu gibt es passendes Zubehör wie Druckbettauflagen und Trockenboxkoffer. Da ich in Darmstadt studiere, bin ich gleich mal bei Fiberfree vorbeigefahren und habe mir das Ganze persönlich angesehen. Ich muss gestehen, dass ich die Firma zunächst etwas unterschätzt und nur als normalen Filamenthersteller betrachtet habe. Doch die Ingenieure bei Fiberfree wissen wirklich alles über ihr Filament und so wurde mir zum Beispiel spontan am Whiteboard erklärt, wie solche Filamente kompondiert werden und worin die Challenges bei der Filamentproduktion und dem Testen der mechanischen Eigenschaften liegen. Nun aber zum Drucken mit dem F3-PACF-Pro-Filament. Da Polyamidfilamente generell hygroskopisch sind, also Feuchtigkeit aus der Luft absorbieren, muss sichergestellt werden, dass das Material trocken ist. Auf Nachfrage wurde mir mitgeteilt, dass das Filament nach der Herstellung getrocknet wird, bevor es in den silbernen Tüten vakuumiert verpackt wird. Von daher sollte es theoretisch möglich sein, direkt mit dem Material zu trocken, solange es währenddessen luftdicht gelagert wird. Dennoch wird offiziell empfohlen, es zu trocknen, auch um maximale Performance zu garantieren. Daher habe ich zwei Wege getestet. Zum einen mit dem Drywise von Ford 3D. Hierbei wird das Filament auf seinem Weg in den Extruder getrocknet. Das macht das Ganze sehr unkompliziert, da man sich keine Gedanken über die Lagerung des Filaments machen muss und man sicher sein kann, dass immer perfekt getrocknetes Filament den Extruder erreicht. Ein anderer Weg ist das Trocknen in einem Ofen oder einer speziellen Drybox. Danach sollte man das Filament in einer Box luftdicht verschließen. Von Fiberfree gibt es diesen Koffer mit Dichtung. Die meisten Trockenboxen lassen sich aber auch einfach verschließen und mit etwas Silikagel trocken halten. Außerdem wird aufgrund der abrasiven Carbonfasern eine gehärtete Düse größer 0,25 mm empfohlen. Ich habe die Fetus Wolfram Cabit und E3D Oxidian Düse jeweils in 0,4 mm. Gestartet habe ich auf dem Red Rig V-Core 3 mit Drywise. Im Prusa-Slicer habe ich einfach das fertige, offizielle Profil für das Filament ausgewählt. Dabei wird mit einer Düsentemperatur von 285 Grad Celsius und einer Druckbetttemperatur von 90 Grad gearbeitet. Außerdem habe ich eine dünne Schicht Magigoo PA auf das PEI-Sheet des Druckers aufgetragen, um mit der Haftung erstmal keine Probleme zu bekommen. Dann habe ich ein paar Beispieldrucke gemacht, um zu überprüfen, ob alle Einstellungen passen. Da die Bauteile sehr hübsch aussahen, maßhaltig waren und sich auch sehr fest und stabil angefühlt haben, ging es auch schon an das Drucken der Prüfkörper für die mechanischen Tests. Dafür bin ich auf den Prusa MK4 gewechselt. Hier wollte ich die zweite Variante testen, nämlich das Trocknen im Ofen. Dafür habe ich das Filament nach dem Trocknen in den Koffer gepackt und diesen luftdicht verschlossen. Außerdem habe ich hier die von Fiberfree angebotene Carbon-Druckbettauflage getestet. Zwingend notwendig ist diese zwar nicht, wie man schon beim Red Rig gemerkt hat, dafür bekommt man aber das schicke Carbon-Muster auf der Unterseite des Drucks. Auch hier habe ich anfangs Magigou PR aufgetragen, habe dann aber mit der Zeit bemerkt, dass es eigentlich überflüssig ist und es schließlich weggelassen. Nach dem Drucken der Proben habe ich diese auf Maßhaltigkeit überprüft und sich schließlich eine gute Woche an der Luft liegen gelassen. Bevor ich nun mit den mechanischen Tests weitermache, möchte ich euch kurz den Sponsor des heutigen Videos NordVPN vorstellen. In der Welt des 3D-Drucks, wo wir ständig online nach den neuesten Designs, Materialien und Techniken suchen, ist es unerlässlich, unsere Online-Aktivität zu schützen. NordVPN bietet eine hochsichere und blitzschnelle Verbindung, die es euch ermöglicht, ohne Sorgen im Internet zu surfen. Egal, ob ihr nach dem nächsten revolutionären 3D-Druck-Material sucht oder einfach nur eure Lieblingsserien streamen wollt, NordVPN hält eure Daten sicher und privat. Mit tausenden von Servern weltweit und einer strengen No-Logs-Richtlinie bietet NordVPN die Freiheit und Sicherheit, die wir in der digitalen Welt von heute brauchen. Und das ist längst nicht alles. So sichert zum Beispiel NordPass eure Passwörter, damit ihr sie immer griffbereit habt, auch offline. NordLocker speichert eure Dateien in einer sicheren Cloud mit Web Access über den Browser. Und das Beste daran, ihr könnt NordVPN auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Als Zuschauer von Yantech könnt ihr jetzt von einem exklusiven Angebot profitieren. Besucht nordvpn.com slash yantech und erhaltet neben einem speziellen Rabatt auf euer NordVPN-Abonnement auch noch 4 Bonusmonate dazu. Schützt eure Online-Aktivitäten noch heute mit NordVPN. Beginnen wir wie immer mit dem Zugversuch. Damit lassen sich zwei interessante Eigenschaften untersuchen. Zum einen die reine Zugfestigkeit des Materials in XY-Richtung, also wie gutes Zugartigen, nach außen gerichteten Kräften widerstehen kann. Zum anderen lässt sich die Schichthaftung untersuchen, also wie gut die einzelnen, während den trocken gestapelten Layer aneinander haften. Dabei handelt es sich dann um die Zugfestigkeit in Z-Richtung. Bei vier Proben kam ich auf eine mittlere Zugfestigkeit in XY von 81 Megapaskal. Damit ist es das festeste Filament, das ich jemals getestet habe. Ich muss auch gestehen, dass ich etwas Angst um meinen Zugversuch hatte. Bei der Schichthaftung, also Festigkeit in Z-Richtung, kam ich auf 40,6 Megapaskal. Auch das ist, bezogen auf meine Tests, neuer Rekord. Beachtet aber bitte an dieser Stelle und auch ganz grundsätzlich für meinen Materialtest, dass die hier gezeigten Werte stark von Drucker- und Slice-Einstellungen abhängen. Die Werte sind als Orientierung zu sehen und dienen hauptsächlich dem Vergleich. Bereits beim Herumbiegen der Probe mit der bloßen Hand habe ich bemerkt, dass diese sehr steif und kaum flexibel ist. Mit meinem 3-Punkt-Biegeversuch, den ihr übrigens auf Printables findet, lässt sich das Ganze in Zahlen fassen. Dafür werden im Versuchsaufbau Gewichte an die Probe gehängt, was Kraft auf sie ausübt. Da die Gewichte bekannt sind und sich die Biegung mit der Präzisionsmessur von oben messen lässt, kann man mit dieser Formel den Biegumodul berechnen. Mit knapp 6 Giga Pascal ist dieses Filament mit Glasfaser-ABS das steifste, das ich bisher getestet habe. Um zu ermitteln, wie zäh das Material ist, bietet sich ein Kerbschlag-Biegeversuch an, wobei eine mittig gekerbte Probe von einem pendelnden Hammer zerschlagen wird. Dabei wird ein Teil der potenziellen Energie des Hammers von der Probe absorbiert, was dazu führt, dass dieser gebremst wird und weniger hoch schwingt. Aus der Differenz zur Nullhöhe ergibt sich die exakte Energie, welche zur Berechnung der Kerbschlagfähigkeit in Kilojoule pro Quadratmeter, also Energie pro Fläche, genutzt wird. Je größer dieser Wert, desto zäher das Material. Beim PACF kam ich auf eine mittlere Kerbschlagfähigkeit von 10,4 Kilojoule pro Quadratmeter. Hier der Vergleich zu anderen üblichen Filamenten. Nun zum Temperaturtest. Dafür nutze ich den Biegebalken, aber mit 30% Dry White Infill gedruckt, um ein realistisches Bauteil zu repräsentieren. Der Balken wird auf zwei Profilen gehalten und mittig durch eine Mutter beschwert. Wenn die Probe durch die Hitze weich wird, biegt sie sich nach unten. Der Versuchsaufbau kommt in den auf Umluft heizenden Backofen. Die Probe hat in Temperaturen sehr lange Stand gehalten, bis sie schließlich bei ca. 160 Grad Celsius weich wurde und kurze Zeit später final eingeknickt ist. Im Vergleich zu meinen vorher getesteten Filamenten ist das Material eines der temperaturbeständigsten. Nun möchte ich auf das Thema Kriechen, englisch Creep, eingehen. Kriechen beschreibt die plastische Verformung unter konstanter Last über die Zeit. Gerade wenn man zum Beispiel die Plastikteile für DIY-3D-Drucker wie den Red Rig ausdruckt, sollte man auf ein Material setzen, das nicht oder wenig kriecht. Sonst können sich Halterungen verbiegen und Schrauben ständig lösen. Daher habe ich den Creep-Test von MyTechFun nachgebaut und diese Probe auch noch aus PLA, PTG und ABS ausgedruckt. Dann habe ich die Verformung über mehrere Tage gemessen. Da ich allerdings Zweifel an dem Testverfahren habe, da die Temperatur in meinem Zimmer nicht konstant gehalten wird, werde ich dieses Ergebnis in einem separaten Video nur über das Kriechverhalten verschiedener Filamente veröffentlichen und diskutieren. Deswegen würde ich hier gerne auch eure Meinung hören. Habt ihr noch Tipps oder Ideen, wie man das Kriechen vergleichbar und vor allem zuverlässig messen kann? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. An sich vergleiche ich ungern die Preise von Filamenten, da man hier schnell Äpfel mit Birnen vergleicht. Dennoch gehört dieser Aspekt zu einem vollständigen Test dazu. Von daher nimmt man den Preis von Proza, kostet das Kilo F3 PRCF Pro ca. 172 Euro. Verglichen mit Filamenten wie PLA oder PETG ist es natürlich sehr teuer. Das sollte man allerdings auch einfach nicht vergleichen. Das Material ist für anspruchsvolle, technische Anwendungen gedacht und nicht für Figuren oder Banschies. Außerdem reicht es häufig nur kleine Halterungen oder allgemein gesagt die am stärksten belasteten Teile aus dem PACF zu drucken. Ein Beispiel ist dieser Griff für meine Kamera. Hier würde es völlig ausreichen, nur das Verbindungsstück zwischen Kamera und Griff aus dem PA zu machen. Das Teil wiegt 13 Gramm und kostet vom Material her somit ca. 2,24 Euro. Den Griff kann man dann aus einem günstigeren Material wie ABS machen. Und ich glaube jeder stimmt mir zu, wenn ich sage, dass 2,24 Euro hier absolut akzeptabel sind, schließlich hängt hier eine wirklich teure Kamera dran. Nun, wo wir die Eigenschaften des Materials kennen, noch ein paar Beispielanwendungen. Das Space Team Aachen hat vor kurzem eine Rexus-Rakete ins All gebracht, die mit aus Fiberfree F3 PA-GF30 getrunkenen Teilen ausgestattet war. Auch wenn es sich hierbei nicht um das von mir getestete CF-PLA handelt, sagt das aber natürlich schon einiges über die PA-Serie von Fiberfree allgemein aus. Ich setze das Material bei mir für beanspruchte Teile wie Befestigungen ein und drucke bestimmte Teile meiner neuen Materialtestgeräte aus diesem Material. Auch zeigt es meiner Meinung nach sehr gut die Möglichkeiten des 3D-Drucks auf. Ich habe diesen Haken gedruckt und über mehrere Monate jedem in die Hand gedrückt, der sich für 3D-Druck erkundigt hat. Die Leute waren sehr überrascht und es hat niemand auch nur ansatzweise geschafft, den Haken zu verbiegen, geschweige denn zu zerstören. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nutzt wie immer gerne die Kommentarfunktion für Fragen, Vorschläge und Anmerkungen sowie Lob und Kritik. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Yantek. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Yantek.